Hier geht es um das Aufstellen von Reaktionsgleichungen. Ein bisschen schwerere. Naja, so schwer sind sie auch nicht, aber lässt sich alles verstehen. Meine Unterrichtsmitschnitte sind zwar toll bewertet, aber die sind viel zu lang. Und deswegen habe ich diese Mini-Videos erstellt. Also von hier aus kommt ihr direkt in den Unterricht und zum genau richtigen Abschnitt. Hier zu den schwereren Reaktionsgleichungen. Ich muss jetzt noch ein paar Sekunden reden, damit der Link bis dahin erscheinen kann. Also noch ein paar Sekunden Geduld bitte. Und in diesem Video wird also noch nichts erklärt. Und dann schon. Bevor ihr aber auf den Link klickt, bitte ich um auch eine ehrliche Bewertung. Also Daumen runter oder hoch. Und auch euch viel Freude beim Verstehen.